Hallo, willkommen. Eine neue Folge ist schon wieder am Start. Herzlich willkommen zu eurem Lieblings-Flight-Partner in Sachen Golf-Podcasts. Wir sind wieder da, Folge 38 schon. Was gibt es Neues in der Golf-Welt da draußen? So wie es aussieht, wird tatsächlich der Ryder Cup aufs nächste Jahr verschoben. Es ist ein Gerücht, das sich seit ein paar Tagen hartnäckig hält. Es ist noch nicht offiziell bestätigt, aber es sieht alles wirklich danach aus, dass das in den nächsten Tagen wirklich rauskommt. Heute ist es noch ein Gerücht, aber ich glaube auch, da müssen wir uns drauf einstellen. Ryder Cup dann vielleicht doch erst 2021. Brandaktuell heute. Jürgen Klopp hat die englische Meisterschaft mit Liverpool gewonnen. Das war eigentlich auch schon längst klar, aber es hat halt eben noch ein bisschen was gefehlt. Jetzt haben sie es endlich klar gemacht. Heute übrigens, ja, eine Sonderfolge. Wir freuen uns, dass es endlich geklappt hat. Bernd Ritthammer zieht zum einen um. Der hat quasi offiziell letzte Woche seinen Urlaubsschein bei uns abgegeben, bei Flo und bei mir. Deswegen darf der heute mal Pause machen und Kisten schleifen und schleppen. Dennoch freuen wir uns sehr auf diese heutige Sonderfolge, auf Folge 38. Denn, ja, da sind wir quasi schon seit ein paar Monaten dran. Und jetzt hat es endlich geklappt. Unser Gast war Nationaltrainer, Nationalspieler. 2015 bis Ende 2017 war er hauptamtlicher Landestrainer für den Golfverband Niedersachsen-Bremen und war für die Betreuung der Kaderspieler im Training und im Wettkampf verantwortlich. Seit 18 ist er sportlicher Leiter und Teamtrainer im Club zur Fahr Bremen. Er ist also schon da, wo Flo sich gerade quasi hinausbilden lässt. Also ist Treffen heute quasi Azubi und Ausgebildeter aufeinander. Und ein Vollidiot wie ich ist auch noch mit am Start. Unser Gast hat Bücher geschrieben und er macht zum Beispiel Golf in Leicht. Freue mich sehr und klasse, dass es geklappt hat. Willkommen bei T-Time, Fabian Bünker. Ja, vielen Dank, Jens, vielen Dank, Florian, dass ich endlich hier nach ganz vielen langen Anläufen, dass wir das zusammengeschafft haben hier. Und ich bin total happy, dass wir jetzt hier endlich eine Podcast-Folge aufnehmen. Ganz kurz vorhin, ich bin nicht Nationaltrainer gewesen, ich bin nur Nationalspieler gewesen. Also so weit hat es dann, aber ich glaube, die aktuellen Kollegen werden das verkraften, dass das in der Vita jetzt falsch genannt wurde. Ja, vielen Dank und ich freue mich auf eine spannende Folge, zumal, wie du es schon angemerkt hast, wir haben ja einen Azubi dabei hier in der Folge, nicht den Florian, einen Golflehrer Auszubildenden. Wobei ich den gar nicht mehr als Auszubildenden sehe, auch wenn ich ihn vielleicht demnächst mal auf irgendeinem Azubi-Seminar treffe. Denn irgendwie, du bist ja auch schon gefühlt 100 Jahre dabei, ne? Ja, das ist allerdings richtig. Die Assistentenprüfung habe ich ja auch schon ablegen dürfen. Also insofern ist das Lehren jetzt nicht allzu fremd. Ich musste aber bei der Assistentenprüfung für mich selber realisieren, dass es doch einen riesengroßen Unterschied gibt zwischen belehrt oder gelehrt zu werden und am Ende jemanden zu unterrichten. Und diesen Wechsel hinzukriegen ist nicht ganz so einfach. Vor allem, ja, ich weiß aus so manchen Stunden, da bin ich da mal hingegangen und hat Jern gesagt, mein Gott, jetzt stell dich nicht so an und dreh die blöde Kelle zu, dann geht das Ding nicht mehr nach rechts. Das stelle ich mir dann deutlich einfacher vor. Aber es ist halt gar nicht so, gar nicht so einfach. Und das ist auch der Punkt, wo ich dann gleich bei dir so ein bisschen einhaken möchte. Du bist ja auch Nationalspieler gewesen, ein sehr, sehr guter Spieler und hast dann auf die andere Seite der Macht gewechselt. Und wie war für dich so der Prozess? Also der Prozess war, ich bin überhaupt kein Star, ich habe noch keinen Star Wars Fan gesehen. Ja, du hast ja gerade die andere Seite der Macht, die dunkle Seite der Macht sozusagen. Genau, richtig. Das war ein total schleichtender Prozess bei mir, denn ich habe 2000, habe ich mein Abitur gemacht, das ist schon 20 Jahre her, Gott, oh Gott, und habe dann die Möglichkeit gehabt, also einmal durch meine Eltern, die gesagt haben, okay, du hast Abitur gemacht, Junge, wir sind happy und glücklich, dass du das gepackt hast. Tu, was du willst jetzt. Und dann auch den Deutschen Golfverband und das dann im Jahr drauf, die Bundeswehr, da konnte ich beim Deutschen Golfverband in einer Art Spitzenförderung, du kennst das Florian, da hat man tatsächlich, das ist so ein Luxusleben eigentlich als Amateurspieler. Du kriegst irgendwie alles bezahlt, kriegst noch Reisekosten, also ein Jahr Golf gespielt und dann in der Sportförderkompanie noch mal ein Jahr Golf spielen können, sehr intensiv auf höchster Amateurebene, um eigentlich Playing Pro zu werden und habe dann irgendwann gemerkt, naja, okay, wenn ich das jetzt so, das wäre dann so 2003 gewesen, wenn ich das jetzt dann sofort mache, ob dann so mein Kühlschrank voll wird, weiß ich nicht. Und habe dann lange mit Frank Adamowitsch gesprochen, der auch vorher in Frankfurt im letzten Jahr meiner Abiturkarriere schon mal ein Trainer war und den ich auch schon ganz, ganz lange kenne und der ein guter Freund, Mentor von mir ist, jetzt auch ein Vorwort zu meinem nächsten Buch geschrieben hat. Und der hat gesagt, du, fang doch mal eine Ausbildung in St. Leon Roth an. Damals 2003 hat mir St. Leon Roth tatsächlich noch gar nicht so viel gesagt, weil das ja gerade erst so im Entstehen war alles da. und der hat gesagt, du, mach doch eine Ausbildung, da kannst du nebenbei immer noch spielen und bist aber, bleibst in meinem Golfbereich. Und ich wusste, ich wollte nicht studieren und habe dann das angefangen, die Ausbildung in Leon Roth, habe auch weiter gespielt und bin dann nach und nach, ja, so, das ist fast so reingeschlittert, in dieses Teaching reingeschlittert, weil es Bock gemacht hat. Leon Roth ist natürlich auch ein geiles Umfeld. Da war so für ein, ich war 23, sportlich, aktiv, Leistungsgolfer und da war Leistungsgolf. Das wäre ja in wahrscheinlich keinem anderen Golfclub so möglich gewesen. Und so bin ich dann nach und nach reingerutscht und dann haben sich, ich weiß nicht, ob ich immer zur richtigen Stelle am richtigen Ort war oder ob ich einfach Glück hatte, auf jeden Fall haben sich dann auch in St. Leon Roth, du hast ja auch vieles da miterlebt, Florian, haben sich dann eben auch für mich ganz viele tolle Dinge ergeben. Ich bin nach meiner Ausbildung übernommen worden. Ich durfte dann relativ schnell Leistungsmannschaften, AK-18, AK-14 Mädchen betreuen. Ich bin dann irgendwann Akademieleiter geworden, weil wir eine Akademie aufbauen wollten mit einem Hotel, was damals geplant war. Bis hin dann irgendwann ein sportlicher Leiter und ratzfatz waren es zwölf Jahre und die waren mega intensiv und die haben mega Bock gemacht. Und so ist es eigentlich irgendwann, Teaching mehr, Spielen weniger. Und jetzt versuche ich es gerade, nicht, dass ich jetzt wieder Playing Pro werden will, aber ich versuche gerade das Spielen wieder so ein bisschen hochzufahren. Weil das macht mir doch immer noch Bock. Und mittlerweile habe ich gemerkt, es macht mir auch so ein paar Jahre war das so als Golflehrer. Und jetzt versuche ich es gerade wieder hochzufahren, indem ich viele Trainingsrunden mit meinen Spielern spiele. Sehr gut, sehr gut. Ich würde gerne kurz nochmal einhaken. Du hast gesagt, dass es so ein schleichender Prozess war. Du hast eigentlich gespielt und gleichzeitig hast du nebenher diese Golflehrerausbildung gemacht. Soweit ich mich erinnern kann, gab es damals nur, sage ich mal, die klassische Golflehrerausbildung mit diesen drei Jahren und dann auch nur als klassischer Azubi und nicht so wie jetzt mit den berufsbegleitenden Laufbahnen. Also ich mache ja berufsbegleitend über die Tutorenseminare. Was ich ja eigentlich eine super Geschichte finde, dass ich als Playing Pro oder als ehemaliger Playing Pro die Möglichkeit hatte, nebenher so eine Ausbildung zu machen. Würdest du jetzt aber sagen, ich werfe dich jetzt einfach mal provokant in die Mitte, würdest du sagen, dass man das als Playing Pro gar nicht machen darf, weil man sonst ganz schnell von der anderen Seite irgendwie angefixt wird und dann aufhört, das zu machen, was man eigentlich ursprünglich machen wollte, nämlich spielen? Puh, das war jetzt hier eine tiefe Motivationsfrage. Jens, grätsch mal rein. So ist Herr Fritsch. Man muss zwischendurch immer auch sehr wissenschaftlich an die Sachen rangehen. Okay, ich glaube, brutal, ja. Ich kann jetzt fast nur mit so einem Motivationsschmankerl um die Ecke kommen, nämlich, ich glaube, jeder merkt ja irgendwann, was wirklich seine Leidenschaft ist. Und es gibt ganz viele Teaching-Pos, die wahnsinnig intensiv spielen. Ich bewundere es immer. Peter Martin zum Beispiel, der geht morgens um sechs bei so einem Coaching-Seminar und die sind echt intensiv. Du weißt es, Florian, wir fangen da früh an. Es geht bis in den Abend rein. Man ist den ganzen Tag unterwegs, den ganzen Tag entweder Wissen aufnehmen oder zusammenarbeiten in der Gruppe. Und der geht morgens um sechs noch spielen. Da sage ich immer, ey, krass, so eine Leidenschaft für den Golfsport. Also die habe ich, aber so krass habe ich sie nicht. Also ich frühstücke dann gerne in Ruhe und lasse den Tag so in Ruhe. Aber er macht das. Und ich glaube, umgekehrt ist es genauso. Wenn du jetzt für dich merkst, ey, dieses Wissen weitergeben, das ist so mein Ding. Und du kannst das ja, und das ist ja das Geile am Golflehrerjob, du kannst es ja mega verbinden. Du kannst es ja immer noch mit den Spielen verbinden. Also vielleicht keine Turniere, aber du kannst auf den Platz gehen mit deinen Spielern, mit deinen Leistungsspielern, mit deinen normalen Schülern. Die sind total happy, wenn man mit denen auf den Platz geht, weil dieser Platz meistens viel intensiver im Unterrichten zum Beispiel ist als die Driving Range. Aber ich glaube, um an deine Frage zurückzukommen, da findet jeder seine Berufung. Und ich finde es tatsächlich total gut, dass es mittlerweile diese verzahnten Übergänge gibt. Der Fußball macht das schon total lange mit verdienten Nationalspielern. Weil einfach Menschen wie du, die würden ja vielleicht sonst irgendwann aus dem Golfbusiness ausscheiden. Und das wäre ja auch schade. Weil wenn du sagst, okay, jetzt kann ich nicht mehr spielen oder ich spiele nicht mehr, weil irgendwelche Gründe. Jetzt, weiß ich nicht, suche ich mir einen Job und verkaufe Blumen für irgendwelche, für irgendwas oder gehe in einen anderen Job rein. Ich weiß es nicht. Also das ist ja, darum finde ich das gut, dass es die gibt. Und ich kann es jetzt nicht sagen. Ich glaube, da findet jeder seine Berufung. Jemand, der wirklich spielen will, der merkt irgendwann, ey, ich habe gar keinen Bock jetzt hier zum siebten Mal den Griff zu erklären. Das ist doch klar, wie das geht. Linke Hand oben, rechte Hand unten. Was ist denn daran so schwer? Und der sagt, ich will doch hier jetzt das Birdie spielen. So, also darum kann ich gar nicht mit Ja und Nein beantworten, die Frage. Schwierig. Siehst du, so einfach ist das, Jens. Einfach richtig greifen, dann kriegst du das schon hin mit deinen Birdies und Eagles und so, ne? Ja, ja. Ja, genau, genau. Ja, ich muss Fabians Buch nie wieder slicen, muss ich eh noch kaufen. Weil vielleicht hilft das dann doch mal nach ein paar Jahren, dass ich diesen Scheiß wegkriege. Du gibst mir bitte gleich, du gibst mir deine Adresse und dann kriegst du das signiert zugeschickt in den nächsten Tagen. Bitte. Aber das ist wirklich auch ein interessanter Fakt. Ab welchem Zeitpunkt ging bei dir dann so abseits des, ich sage jetzt mal, Trainingsalltags, diese kreative Phase los, dass du gesagt hast, ich will außerhalb des Golfplatzes den Leuten da draußen noch irgendwas bieten? Also Stichwort Bücher, Stichwort Golf in Leicht, was ja dann tatsächlich irgendwann entstanden ist, wo es ja jetzt wirklich ganz viele verschiedene Facetten gibt. Hier steht sogar das Netflix für die Golfer, so nennt ihr das tatsächlich. Ich meine, das ist ja schon sehr hoch gegriffen, aber es ist ja auch fantastisch, was du da mittlerweile auf die Beine gestellt hast. Wann kam dieser Punkt? Wir haben leider nicht den Börsenwert von Netflix, aber das war nur die Idee, dass Leute verstehen, du kannst, das ist ein monatliches Abo-Modell, da komme ich vielleicht gleich nochmal drauf zu. Der Punkt kam tatsächlich in Leon Roth. Gut, wir haben irgendwann, haben wir in der Akademie gesagt, okay, natürlich können wir Unterricht geben und sowas, aber wir müssen irgendwie, es gibt so viele Menschen, die immer wieder dieselbe Frage stellen, der Griff, ich komme von außen, ich sleiße, ich, keine Ahnung was. Und dann haben wir angefangen mit dem Uwe Bornemeier, ein megacooler Typ im Golf-Medienbereich, selber verrückter Golfer, angefangen, so Teaching-Videos zu drehen. Also ich weiß gar nicht, wann das war, 2009 oder 2010. Und das hat mega Bock gemacht, da so sein Wissen darüber weiterzugeben und das eben dann zu sehen, okay, dieses Video haben auf YouTube jetzt 5.000 Menschen gesehen oder keine Ahnung wie viele. Und das war, und dann haben mich, haben nicht nur mich, sondern auch meine Kollegen in der Akademie damals immer mehr, auch Menschen angesprochen, ey, das Video, der Tipp, der war super gut, der hat mir geholfen. Und so ist dann eins zum anderen gekommen. Dann habe ich 2014, habe ich meinen Blog startet, www.fabierbunker.de oder mein Blog Up and Down und habe da angefangen dann sozusagen über das Schriftmedium Blog gemixt mit Bildern, Trainingstipps, Trainingsübungen weiterzugeben. Immer ein Mix aus, ich sage mal, das ist jetzt die, in Anführungsstrichen, richtige Technik. Oder so sollte man greifen, oder so sollte man im Abschwung die Arme bewegen, wenn man es leist. Und aber eben auch zu sagen, guck mal, so kannst du Patten üben. Und dann ist daraus wiederum das Buch und wie das Leisten entstanden, das Buch Besser Treiben. Dann ist mein irgendwann 2014, 2015, ist mein, oder was noch später, 2016, 2017, ich weiß es gar nicht, ist dann irgendwann der Nico Osenberg auf mich zugekommen, mit dem ich Golf und Leicht zusammen mache. Und hat gesagt, ey, er kommt aus dem Marketing, er ist selber auch begeisterter Golfer und er ist eigentlich die ganze Zeit auf einer Suche nach so einer Trainings-Online-Plattform, wie es die eigentlich nur im englischsprachigen Bereich gibt. Ob ich nicht Bock hätte, das mit ihm zusammen zu machen. Und so ist dann, in den letzten Jahren, 2019 sind wir ja gestartet, ist dann Golf in Leicht geworden, als ein Mix aus, wir haben einen Podcast, so wie ihr, wo wir wöchentlich Trainingstipps, Interviews mit interessanten Menschen aus dem Golfbereich haben, aber immer mit der Idee, okay, das soll sofort umsetzbar für das jeweilige Golfspiel sein. YouTube-Kanal natürlich, Golf in Leicht und eben dann diese Mitgliederplattform, Abo-Plattform Golf in Leicht, wo wir mittlerweile, ich glaube, über 200 Trainings-Videos drauf haben, verschiedene Experten mit Martina Eberl, Steffen Benz, Stefan Kloppe, tolle Menschen dabei, die auch da ihre Tipps aus den jeweiligen Bereichen geben. Und so ist es dann entstanden. Und diese Idee, was du gerade gesagt hast, Netflix für Golfer ist eben so dieses, unser Modell ist eben wie Netflix. Das ist ein monatliches Abo-Modell, es kostet 9,90 Euro. Und du kannst aber auch nach einem Monat sagen, keine Ahnung, jetzt habe ich keinen Bock mehr, dann kündige ich. Und bist dann eben wie bei Netflix auch, je nachdem, wann du im Monat kündigst, eben dann sofort raus und hast dann keine Kosten mehr. Also ein smartes, schlankes Modell, um einer möglichst breiten Masse zu ermöglichen, eben ihr Golfspiel zu verbessern. Glaubt ihr, dass in diese Richtung sich zum Beispiel auch das Golftraining noch mehr entwickeln wird? Also, dass alles mehr noch so on demand sein wird? Also, dass ich, keine Ahnung, ich gehe auf die Range und kann mein Pro quasi anklicken sozusagen. Und ich kann mehr oder weniger multimedial, so wie ihr das jetzt ja tatsächlich auch irgendwie habt, aber noch mehr auf mich bezogen. Dass das irgendwann in die Richtung geht, dass ich mehr oder weniger so eine Art on demand Training machen kann, aber auf mich wirklich bezogen. Die Technik wird ja immer krasser in der Hinsicht. Spannende Frage. Wahrscheinlich wird es das immer möglich sein, dass du, kann ich jetzt, ich bin kein Technikfreak. Ich sage immer, ich bin nur Golflehrer. Also, ich kann immer nur so diesen Golfinhalt. Aber warum sollte das jetzt nicht mit Smartphones und Apps und keine Ahnung, was möglich sein, dass eben du auf der Treibung her stehst und sagst, okay, Siri oder Golfin Leicht oder wer auch immer, gib mir jetzt meinen Trainingsplan für Mittwoch. Und dann ist da eben hinterlegt, okay, heute trainierst du, Patten, weiß was ich. Das wird es wahrscheinlich geben. Ich glaube aber natürlich, weil dieser Golfschwung auch so, und das weiß Florian noch besser, der ist viel unterwegs gewesen und hat sicherlich auch dann über Video und WhatsApp mit seinen Trainern kommuniziert irgendwie, dass dieser Golfschwung trotzdem immer noch so komplex ist, dass dieses 1-zu-1-Teaching hundertprozentig nicht weniger wird. Es wird sich verändern, glaube ich. Es wird, glaube ich, immer mehr Menschen geben, die sagen, ich mache jetzt nicht mehr jeden Dienstag um 15 Uhr meine Stunde, sondern ich mache, keine Ahnung, drei Stunden zum Saisonstart und dann habe ich vielleicht mein Online-Training irgendwie und dann mache ich nochmal einen Trainingstag irgendwann in der Mitte. Ich glaube, das merke ich jetzt auch bei meinen Spielern, es geht auch immer mehr so in, ich möchte mal en bloc ein Wochenende oder drei Tage oder zwei Tage oder irgendwie mit dir trainieren und dann kriege ich meinen Trainingsplan. Das ist ja das Schöne, ist auch ein Golf in Leicht, denn dann kriege ich meinen Trainingsplan zum Beispiel und dann trainiere ich drei, vier, fünf, sechs Wochen und dann komme ich irgendwann wieder. Ich versuche gerade zu überlegen, was das für Auswirkungen auf die klassische Unterrichtsstunde hat. Ja, diese One-on-One mit dem Golflehrer. Vor allem auch mit, das würde mich mal interessieren, wie Fabian das sieht. Ich hatte immer das Gefühl, dass so eine Golfstunde ziemlich ruhig war. Ja, jemand ist hingegangen, hat eine ruhige Golfstunde gemacht und kam dann nächste Woche wieder. Meinst du, dass inzwischen Golfstunden, dass die Leute eher Golfstunden haben wollen, wo sie mit einem konkreten Problem kommen, einfach nur eine Viertelstunde kurzen Quick-Fix haben wollen und dann gleich wieder gehen wollen? Es wird, da kann ich dich beruhigen mit deiner Golfstunde, es wird weiter diese Menschen geben, die jeden Dienstag, jeden Mittwoch ihre Trainerstunde nehmen, weil sie sagen, das ist eben auch mein Training. Also ich komme dreimal in der Woche zum Golfspielen, am Wochenende zweimal und ich trainiere einmal mit dem Flo oder mit wem auch immer, Mittwoch ist 18 Uhr bis 19 Uhr. Die wird es weitergeben. Es wird immer mehr Menschen geben durch Online eben, also auch durch diese vielfältigen Möglichkeiten. Die hören euren Podcast, die hören meinen Podcast, irgendeinen Podcast, die gucken auf YouTube. Die Leute gucken ja wahnsinnig viel mit was für Fragen, die immer kommen. Da denken wir, wow, wie viel Zeit hast du über YouTube jetzt verbracht, ja, um das zu recherchieren. Das ist ja Wahnsinn, also brutal. Toll auch, ne? Also das zeigt ja, wie Leute sich für die Spiele interessieren. Und ich glaube, es wird dann immer mehr Menschen geben, die eben sagen, okay, hör ich zu, Florian, alles schön und gut mit meinem Schwung, mein Driver muss gerade fliegen. Zeig mir, wie das jetzt geht, egal wie. Und ich glaube, es wird diese spezifische Thematik, die wird eben einfach mehr, weil aber auch natürlich durch diese ganze Informationsflut und Möglichkeiten einfach mehr auch verschiedene Themen hochpoppen. Und ich glaube auch natürlich immer mehr auch sich jetzt in den letzten Jahren herauskristallisiert, hey, die Leute verstehen mittlerweile und auch wir Golflehrer verstehen mittlerweile, der Driver ist wichtig, ja. Also es gibt ja nicht mehr diese These, lern erst mal mit dem Eisen sieben schlagen und dann den Driver, sondern der wird sofort ins Training eingebaut. Also da glaube ich schon, dass es immer spezifischere Fragestellungen geben wird. Aber ich glaube, dieses 1-zu-1-Coaching wird in gewissen Bereichen dadurch gar nicht weniger, sondern eher mehr, weil die Leute eben einfach sagen, okay, heute das, morgen das, übermorgen das und jetzt möchte ich das mal irgendwie von dir mal zusammengebracht kriegen. Ja, also mehr so nicht nur die Aufgabe der Wissensvermittlung, sondern inzwischen auch der Wissenseinordnung. Wie du gerade gesagt hast, da kommen einige Golfschüler und die haben keine Ahnung, wie viele Videos, Blogs und Podcasts gehört und du musst jetzt erst mal da aufräumen. Auch mal zusammendampfen, ja. Auch mal sagen, okay, das sind alles super Ideen, die da sind. Das muss ich ja, klar, auch meine Videos sind so, die sind ja immer an der Idealform irgendwie orientiert und da muss man eben manchmal sagen, das ist total klasse, die 27 Schwunggedanken, die du jetzt hast. Lass uns das mal auf zwei runterdampfen, weil das bringt jetzt nichts, wenn du im Rückschwung noch an deinen Griff denkst oder sowas. Also klar, logisch, das ist natürlich auch schwierig und da müssen wir dann helfen, wie auch immer, über einen Podcast, über unser Teaching, dass wir sagen müssen, okay, jetzt mal eine Nummer kleiner und das hilft dir aber, deinen Ball wieder besser zu treffen. Ich meine, du kennst es doch auch, oder? Also du gehst aus der Trainerstunde raus, du jetzt, Flo, oder früher als Spieler hast du zwölf Schwunggedanken und auf dem Platz merkst, okay, der eine funktioniert und den muss ich jetzt für diese Runde oder für dieses Turnier irgendwie festigen und da müssen wir, glaube ich, helfen. Also, du hast ja gerade auch erzählt, viel YouTube, jeder kann im Internet sich unglaublich viele Informationen ziehen. Mittlerweile haben die Menschen ihr Smartphone auf der Runde dabei, das Smartphone trackt allen möglichen Quatsch. Du hast tausend Daten plötzlich. Ich habe jetzt gelesen, bei Ping und bei noch einer anderen Schlägermarke hast du mittlerweile die Möglichkeit, dass in deinen Schlägergriffen irgendwelche Chips drin sind, die deine Runde quasi auch noch streamen oder was weiß ich, was du da alles machen kannst. Du kommst also dann jetzt zu deinem Pro und kannst ja mittlerweile einen Datensatz übergeben. Also die Frage auf den Punkt gebracht, werden die Leute immer nerdiger und vielleicht auch für euch umso anstrengender? Weil sie einfach sagen, ja Moment, aber ich habe doch da vielleicht noch eine Alternative im Kopf oder ich habe was anderes auf YouTube gesehen oder der hat das aber mir anders gesagt. Also haben die mittlerweile zu viel oder noch mehr Informationen, als es vielleicht vor fünf bis zehn Jahren der Fall war, wo sie einfach gesagt haben, zeig mir doch mal bitte, wie mein Driver funktioniert und ich glaube dir das, was du mir sagst. Also meine Erfahrung, also die glauben mir immer noch zum Glück, was ich sage, aber natürlich, natürlich, was wir gerade machen, die haben, also Netz, Netz, Informationsüberfluss, wie auch immer, es gibt eben einfach mehr Informationen draußen, draußen vor allem im Netz eben und ja auch, ich sage mal auch die vielen verschiedenen Golf-Zeitungen, die es mittlerweile gibt auf dem Markt. Also die Leute kommen eben, ja natürlich sagen die, du, das habe ich aber da so und hier so und da so und dann muss man denen eben entweder, also ganz vieles sage ich, das ist ja auch richtig, ist genau richtig, was du da gelesen hast, lass uns das vertiefen. Also es ist ja nicht, nur weil es ein anderer geschrieben hat oder gezeigt hat, ist es ja nicht falsch per se. Also die werden, was das angeht, aus meiner Sicht, was die Leute, also die Golfer, unsere Schüler und Kunden, werden, kritisch heißt jetzt falsch gesagt, die sind informierter einfach und stellen Fragen und fragen eben einfach, so wie wir das vielleicht in anderen Bereichen ja auch machen. Was ich sagen muss mit diesem Informationsüberfluss, was Daten angeht, das ist ganz spannend, denn ich finde zum Beispiel die App 4 oder ehemals BeBressy, Florian ist da ja auch zumindest mal als Spieler mit dabei, die finde ich eben mega, grundsätzlich finde ich diese Rundenanalysen mega und sicherlich ist diese, du hast gerade gesagt, es gibt mittlerweile Rundenanalysen, da kann man einen Chip in den Griff einbauen. Ich glaube, Griffhersteller bauen sogar mittlerweile auch diese Griffe quasi integriert mit dem Chip und das finde ich mega, mega spannend, nämlich eigentlich und gar nicht jetzt mal für die absoluten Leistungsspieler, weil die wissen sowieso, wo ihre Stärken und Schwächen sind, aber das finde ich vor allem spannend für, ich sage mal meinen Papa, der hat Handicap 21. Wenn der das mal zehn Runden machen würde, dann würde der sehen, wo sind denn wirklich meine Stärken und Schwächen und woran muss ich jetzt, muss ich jetzt arbeiten, um vielleicht Handicap 19 zu kriegen. Und da finde ich diese Rundenanalysen und diese Möglichkeiten, die es heute gibt, mega und ich bin total glücklich, wenn ein Schüler in meinen Unterricht kommt und sagt, du Fabian, ich habe hier jetzt die Rundenanalyse mitlaufen lassen. Die habe ich dir übrigens schon mal vorgeschickt und dann gucke ich rein und sage, ja, guck mal hier, da hast du Schläge verloren, da, das ist doch gut, da arbeiten wir gerade dran und das hilft allen, so einen Fokus zu kriegen, dass man sagt, okay, wir können jetzt das Patten vernachlässigen, weil das läuft bei dir ganz gut. Wir müssen uns jetzt auf Schläge zwischen 89 und 127 und 27 Meter konzentrieren, weil die sind einfach nicht, die sind nicht mal auf dem Grün, keine Ahnung was. Und das macht das Arbeiten, das hört sich jetzt blöd an, vielleicht dann nicht im Sinne von, ich lehne mich jetzt zurück und lass die Sonne rein, sondern im Sinne von, okay, guck mal, Jens, Florian, das sind deine Stärken, das sind deine Schwächen, lass uns jetzt vier Wochen daran arbeiten. Und übrigens, hier sind deine drei Übungen, die du für diesen Bereich brauchst und jetzt geht's los. Und in drei Wochen sehen wir uns wieder und gucken uns das nochmal an und dann in vier Wochen machen wir nochmal eine volle Stunde und machen nochmal eine neue Analyse und gucken weiter. Ich finde, man kann so viel geiler arbeiten. Definitiv würde ich ihm Fabian absolut beipflechten, weil ich habe das ja auch selber in meiner Zeit als Spieler gemerkt, dass wenn ich dann mit meinem Trainer über meine Runden gesprochen habe, das war ja alles irgendwie subjektiv. Hat er mich gefragt, wie war denn deine Runde? Ich so, ach, ich habe ja eigentlich, ich habe richtig Kacke gespielt. Und wenn man sich jetzt dann mal so die Datensätze mal anschauen würde, dann würde man sehen, okay, ich habe schlecht gepattet, aber das lange Spiel war absolut fantastisch. Genau. Ich habe halt meine Chancen nicht verwertet und daraus kam dann für mich die Einordnung, ja, ich habe eine schlechte Runde gespielt, aber stimmt das überhaupt nicht. Und das gibt dem Trainer natürlich die Möglichkeit, viel objektiver und sachlicher die Runde nachvollziehen zu können. Und deswegen finde ich das eigentlich auch eine ganz gute Sache. Woran ich jetzt aber kurz denken muss, deswegen musste ich vorhin ein bisschen schmunzeln. Es gibt einen Fußballtrainer, der heißt Tobias Zellner. Ich glaube, der war bei Augsburg und auch mal bei Schalke. Jetzt ist er wieder zurück bei Augsburg, war Co-Trainer. Und der hat mir mal erzählt, als wir uns getroffen haben, er will heute kein Fußballspieler sein, weil er sagt, alles, was du tust, alles getrackt, während der Woche, werden die Trainer rausfinden, weil sie inzwischen alles tracken können, alles rausfinden können. Und er will heutzutage kein Spieler mehr sein, weil du kannst nichts machen. Du kannst kein Bierchen mehr trinken oder keinen Burger mehr heimlich essen oder sowas. Das ist natürlich in der Extremform, in einem Multimillionen-Dollar-Business oder Euro-Business natürlich dann auch extreme Ausprägungen, die aber auch verständlich sind. Denn am Samstag geht es eben da um viel Geld und Kohle. Und naja, bei uns Golfern ist es dann eben das Tracken. Und mich wundert allerdings, dass so wenig Menschen diese Möglichkeit nutzen, also ob es jetzt dann vor ist oder eine andere Rundenanalyse ist ja erstmal dahingestellt. Aber ich glaube viele, und das merke ich bei meinen Spielern, ich muss da mit Engelszungen auch bei diesen Nachwuchsspielern, so D-Kader, Handicap 4, 5, wo ich sage, ey, das ist doch brutal wichtig, du willst auf Handicap 0, da bringst nichts, wenn du jetzt noch 100 Mal den Dreiber hier schlägst. Da muss man so mit Engelszungen auf die einen reden, dass sie diese Rundenanalysen machen. Wobei bei mir als Spieler war es früher auch so. Ich glaube eben manchmal auch, es hat den Grund, vielleicht kannst du das noch eher bestätigen oder auch nicht, Florian. Manchmal ist es auch so ein bisschen, ja, eigentlich will ich das gar nicht wissen alles. Also eigentlich will ich ganz gemütlich hier meinen Eisen 7 trainieren und an meinem Dreiber und das reicht mir, was ja auch okay ist. Denn dann ist es ja auch genau wie mit dem Fußball, dann sieht man eben, naja, deine Putts aus einem Meter, wo du mir mal erzählst, sind alle drin, die sind eben nicht alle drin. Oder die Schläge aus 100 Metern, die immer drei Meter an der Fahne sind, die sind eben nicht immer drei Meter an der Fahne. Also das hat eben auch so, natürlich auch andere, hat auch Nachteile. Wir Trainer sehen einfach nur die Vorteile, der Spieler denkt sich vielleicht, oh, jetzt weiß der Trainer genau, was bei mir nicht so gut ist. Das ist ja auch doof. So, dann helf uns mal, Fabian. Mir als angehenden Golftrainer und allen anderen Golftrainer, Jugendwarte, sportlich orientierten, Sportwarten, wie kriegen wir Jugendliche dazu? Ich meine, du kennst es ja, du hast ja gut gespielt als Jugendlicher, ich habe gut gespielt als Jugendlicher. Wie kriegt man Leute wie uns dazu, das tatsächlich zu machen? Also der Fisch stinkt immer vom Kopf. Also wenn natürlich ich als Trainer diese Dinge einfache, also sage, du musst das machen, aber mir dann natürlich im Training nicht angucke, schlecht. Dann sagt der Spieler irgendwann auch, ja, okay, dann muss ich jetzt, auch wenn es nur mein Handy ist, dann muss ich jetzt mein Handy nicht anmachen auf der Runde. Dann, oder irgendwas anderes, dann muss ich mir keine Griffe aufziehen lassen, die fünf Euro mehr kosten, brauche ich nicht. Man muss es natürlich anwenden. Und ich bin jetzt tatsächlich dabei, ich muss mich da auch selber immer wieder zu zwingen, dass ich dann da reingucke und sage, okay, guck mal hier, in jeder Stunde. Ich glaube, wenn wir Trainer wirklich anfangen, in jeder Stunde das zu machen und dann irgendwann die Spieler, die das nicht machen, merken, ey, der Florian, der macht das immer mit seinem Trainer. Die gucken sich immer die Analysen an und der kriegt immer seine Übungen und der trainiert mittlerweile viel weniger als ich und der ist aber viel besser geworden. Ich glaube, da ist das sozusagen so eine, ja, ein Virus ist ein schlechtes Wort in diesen Zeiten, aber wie so ein Virus, der dann in positiver Art und Weise, Bakterium, ja, wie auch immer, ein positiver Virus, also der Entwicklungsvirus dann, der dann so um sich greift und das dann Menschen merken oder Spieler merken, ey, wenn ich das jetzt mache, okay, ja, mittlerweile sage ich, okay, ich fordere quasi ein zwischen zwei Stunden, dass du mal mindestens neun Löcher gespielt hast, zweimal neun Löcher mit so einer Runde. Das ist aber auf Dauer brutal anstrengend, weil da muss man immer hinterher rennen und sagen, ey, du spielst morgen, mach es bitte an oder ihr geht doch jetzt spielen, mach es an. Zu anstrengend. Im Alltags, im Alltagsgeschäft, finde ich, also sich da permanent jeden dran zu erinnern. Irgendwann müssen die eben merken, man hat was davon und das liegt dann an uns Trainern, dass wir diese Daten eben auch wirklich dann wirklich nutzen und wirklich jedes Mal nutzen und sagen, ich gucke es mir an und auch dann irgendwann mal sagen, so wie du, ey, meine Runde, ich habe eigentlich total geil gespielt, ich habe nur keinen Pad reingemacht. dass man sagte, warte mal, lass es doch einmal kurz in deine Analyse reingucken, nee, das war gar nicht so schlecht an Putten, weil du hast immer einen 15 Meter Putt gehabt als ersten, dann sind 36 Putts oder wie auch immer sind dann eben nicht so schlecht. Also ich glaube, das ist so der Weg. Alles andere, ich habe es mit, keine Ahnung, mit Bonus versucht, du kriegst Punkte und alles nicht funktioniert. Alles nicht funktioniert. Jens, wie würde man dich dazu bringen? Ja, das wäre, ja, Du bist ja genauso großes Spielkind wie ich. Das Zeug zu tracken, also ich probiere das tatsächlich ab und an. Allerdings ist bei mir immer so das Ding, mir fällt es dann zwei Loch später wieder ein, ach scheiße, ich hätte ja irgendwie vor, ich muss es noch weiter befeuern. Ach ja, ich muss ja noch meinen Score eintragen. Ach ja, wie viel Putts hatte ich denn? Oh Mann, an der zwei, jetzt bin ich auf der fünf, keine Ahnung. Und dann lässt es halt wieder sein. Aber ich sehe das ja, ich habe es schon oft gesagt, ich sehe das wirklich als Hobby, ich muss nicht runter mit meinem Handicap. Also einstelle ich mal wieder, wäre wieder cool, aber ich sehe es ganz entspannt und auf dem Golfplatz freut man sich auch. Ich habe es schon oft erzählt, wenn ich wieder Bahnen streue und man sich mit anderen Flights trifft, weil, ach Zielinski, hast du wieder in der Bahn getäucht. Also bist du wieder. Bist du nicht zwei Stunden nach mir gestartet? Wieso bist du schon neben mir? Das ist schön, dich zu sehen. Das mögen die Leute an mir und diesem Image muss ich weiter folgen. Dann bleib dabei lieber, dann auch keine Trainerstunden nehmen oder sowas. Nee, mal konsequent, auch seit Jahren schon. Nein, nein, also das will ich tatsächlich auch mal wieder machen. Ja, Flo kennt das ja, mit mir Golf zu spielen macht Spaß. Ich bin nie in der Nähe, ich bin immer weg, man hat immer seine Ruhe und kann Flo ganz entspannt seine Bahnen laufen. Ja, du bist der perfekte Mitspieler in diesen Zeiten. Ja, absolut. Social Distancing. Habe ich perfektioniert, schon vor Jahren. Ja, sehr gut. Aber das, was du gesagt hast, was du eingangs gesagt hast mit diesem Das ist mein Hobby, das ist ja auch ganz wichtig. Es gibt eben, ich finde, man muss das auch immer so ein bisschen unterscheiden. Und die Spieler, die du dann ja auch wahrscheinlich in deinen Mannschaften hast oder diese Nachwuchsspieler, die muss man manchmal so ein bisschen zwingen, das zu machen. Jetzt, wenn dann ein Schüler kommt und sagt, ey Fabian, ich will, dass mein Treiber schön fliegt und der wird toll getroffen oder keine Ahnung. Das ist ja auch gut. Das ist ja ganz wichtig. Das ist ja, wie du sagst, das ist deren Hobby. Das soll Spaß machen. Das muss man ja jetzt nicht Dingen und Trainingsplänen und nochmal hier Analyse da und hin und her. Wenn du am Ende sagst, das war ein geiler Tag in Leonrot und ich hab den Florian nur an Tier 1, 10 und an der Bar nachher gesehen. Auch gut. Wenn dir das reicht. Wir machen an der T-Box 1 immer aus, wir treffen uns am Ende im Clubhaus und da treffen wir uns dann wieder. Aber bevor man jetzt diese ganzen Daten sammelt, muss man ja erstmal überhaupt zum Golfspiel kommen. Das wollte ich euch beide nochmal fragen, weil wir hatten vor ein paar Folgen mal einen Hörer zu Gast, der quasi kurz vor der Platzreifeprüfung stand. Er hatte tatsächlich so den Zugang zum Golfen auch über uns, über den Podcast tatsächlich gefunden und wollte es dann mal ausprobieren, hat sich dann so einen Vier-Tage-Kurs gebucht und ist jetzt quasi unter die Golfer gekommen. Haben wir in Deutschland neue kreative Ideen für Golfclubs, die uns ja auch zuhören oder für irgendwelche Pros, die sagen, ich möchte mehr frische Schüler haben, ich möchte mehr Leute für dieses Golfspiel begeistern. Flo erzählt noch ganz oft oder auch wir haben schon ganz oft drüber gesprochen, Golf hat immer noch so ein bisschen dieses alte Image, so dieses, da musst du auf jeden Fall mit dem Maybach vorfahren und einen Hubschrauber zu Hause im Garten stehen haben, damit du überhaupt mal da rankommen kannst. Was kann man denn tun oder hast du noch coole Ideen, wie man die Leute da draußen diesen Zugang, wie man den Leuten diesen Zugang noch ein bisschen eröffnen kann, etwas leichter machen kann, dass sie es mal ausprobieren. Weil ich habe auch die Erfahrung gemacht, wenn ich mal Leute mitnehme, die vorher so ganz komische Sätze sprechen, wie, ach, das ist ja eh kein Sport oder das macht doch keinen Sinn, da fünf Stunden spazieren gehen, das kann ich auch zu Hause machen. Und dann nimmst du die mal mit und die brauchen eine halbe Stunde, bis sie den ersten Ball mal zehn Zentimeter von der Driving Range weggekriegt haben. Dann merken die nämlich, wie kompliziert das ist. Aber das ist auch Spaß. Aber wie kriegt man die Leute dahin, dass sie dann wirklich angefixt sind? Das ist eine Frage, die werden wir, glaube ich, immer diskutieren im Golfmarkt. Also ich glaube, also erstens gibt es ganz viele Golfklubs mittlerweile, die sich wunderbar auf den Weg machen und in ihren Möglichkeiten, und das ist jetzt gar negativ gemeint, in ihren Möglichkeiten eben versuchen, Menschen für den Golfsport zu begeistern. Leon Roth macht das über die Jugendförderung, andere machen das über Schnupperkurse, andere wiederum machen das über Anfängeraktionen. Die gehen, also hier in Golfklub in der Nähe, Golfklub Achim, der ist mittlerweile beim Stadtfest dabei mit dem Stand. Wir sind hier auch im Club zur Fahr an so Sportjugendtagen dabei. Also es gibt ja auch wahnsinnig viele Möglichkeiten für Sportclubs und Sportvereine sich mittlerweile irgendwie zu präsentieren. Ich glaube allerdings, dass der effektivste Weg, der effektivste Weg immer noch über das Thema Kinder und Jugend ist, denn man kann mit Kindern als Verein natürlich über eine Sichtung, über Abschlag Schule, über Kooperationen mit Grundschulen und weiterführenden Schulen wahnsinnig leicht in Kontakt kommen. Und wenn man das dann für sich nutzen kann, indem man diese Kinder fürs Jugendtraining gewinnt und dann daraus irgendwann auch mal, weiß ich, ein Elterninfo-Abend, ein Elternschnupper-Abend, ein Schnupperkurs mit, keine Ahnung, nachher Grillen und irgendwas oder ein Kinder-Eltern-Turnier. Ich glaube, wenn man diese Dinge so mittlerweile, also ich bin noch klassisch über meine Eltern zum Sport gekommen. Ich glaube, mittlerweile gibt es viel mehr Eltern, die über ihre Kinder zum Golfsport gekommen sind, weil irgendwie die Kinder angefangen haben. Und ich glaube, das ist der einfachste Weg, um für Golfklubs Mitglieder zu gewinnen, unabhängig davon, dass sie dann Jugendarbeit machen und diesen Golfsport sowieso in Bewegung halten oder was für ihre Klubmannschaften machen, da mehr Spieler ausbilden. Am Ende des Tages müssen wir ja auch immer wieder auch der Realität ins Auge gucken. Natürlich gibt es wahnsinnig viele Anteile Leistungssport oder Golf im Moment, aber der Großteil ist eben einfach 55 plus und das wird auch in der nahen Zukunft so bleiben von der Altersstruktur her und darum glaube ich über die Kinder, an die Eltern, an die Großeltern und dann hat man da eine wahnsinnig gute und einfache Mitgliedergewinnung. Aber haben wir in Deutschland tatsächlich immer noch so ein Imageproblem? Also ist es wirklich noch so, dass Golf immer noch so als der Reichensport und langweilig angesehen wird? Also ja, das ist witzig. Also ich glaube, dieses Image ist noch da. Ich persönlich nehme das gar nicht so wahr in meinem Umfeld. Gut, bei mir fahren auch alle Malbach im Umfeld. Nein, aber Schatz beiseite. Nein, also überhaupt nicht. Nein, also ganz und gar nicht. Ganz, ganz normale, so wie wir ganz normale Familien. Aber das ist bestimmt noch ein Vorteil. Ich muss immer sagen, mittlerweile kenne ich tatsächlich so viele Menschen, die Pferde haben, die segeln und jetzt die Spanien total reich sind, aber wo ich mir denke, ey, was ist denn das für ein teurer Sport? Da ist ja Golf ein Witz gegen. Also natürlich muss man irgendwie eine Einlage zahlen, keine Ahnung, die kostet zwischen tausend und irgendwie was tausende Euro ist in je nach Golfclub. Aber man muss ja auch sehen, davon wird eine Anlage gepflegt, davon werden Mitarbeiter bezahlt und so weiter. Und wenn ich mir jetzt so ein Pferd kaufe, was habe ich denn da für laufende Kosten? Oder ich habe ein Segelboot. Also was habe ich denn da für Kosten mit Liegeplatz und neuem Segel? Und das ist ja Wahnsinn. Darum wundere ich mich immer, dass sozusagen diese Sportarten, die werden so als Volkssportarten immer genommen. Jeder reitet ja gefühlt und dann sagt keiner, boah, du bist aber hui. Und wenn ich auf ein Reitturnier gehe, da stehen auch nur SUVs und irgendwelche Pferdeanhänger, die keine Ahnung 10.000 Euro kosten. Also das sehe ich tatsächlich nicht mehr so. Und auch durch viele Projekte vom Verband, von vielen Golfclubs. Guck mal, wie viele Traditionsclubs machen brutal intensive Jugendarbeit mittlerweile. Falkenstein, Wannsee, Münchner Golfclub, Frankfurter Golfclub, Leon Roth zähle ich da mittlerweile auch zu. Wir hier, Club zur Fahr. Das sind alles Jugendabteilungen, die haben 200 Kinder und plus, die wöchentlich gefördert werden. Also was da für Jugend- und Leistungssport und Breitensport getan hat, also das finde ich enorm und das wird immer so ein bisschen abgetan. Aber dazu braucht es ja auch eine gewisse Kultur und eine gewisse Gesellschaft in diesen Golfclubs. Der Nein Golfclub zur Wahr ist ja einer der Gründungsmitglieder des DGV, ist ein altehrwürdiger Golfclub und ich denke mal, dass da Tradition sehr groß geschrieben wird und dass man da eher, jetzt bin ich mal so ganz böse, aber nur um den Punkt darzustellen, eher nachmittags im Smoking bei einer Tasse Tee und einer Zeitung da sitzt, als irgendwie Fußball zu gucken. Ach übrigens, wir hatten Bremen gespielt gestern. Ja, es war, es waren viele, da haben wir, ja, ja, ja. Ich sage, also du hast mich ja in unserem Podcast-Interview schon darauf angesprochen. Ich lade dich hier mit ein, du bist, glaube ich, bald in Reden, nee, du bist in Green Eagle, glaube ich, bald mit dem GVNB-Kader. Ich lade dich ein auf einer Tasse Tee im Smoking in unserem Clubhaus, denn dann wirst du, dann wirst du sehen, dass du der Einzige im Smoking bist. Denn das Witzige am Club zur Fahr ist, dass nicht nur Gründungsmitglied Deutscher Golfverband, sondern es ist ein Drei-Sporten, also das ist aber eine Besonderheit, ja, Drei-Sporten-Verein, Hockey, Tennis, Golf, das heißt, da sitzt du tatsächlich neben verschwitzten Tennis- und Hockeyspielern und auch einem Golfer vielleicht in der karierten Hose oder in der langen Hose auf der Terrasse und da ist eine brutal sportliche Atmosphäre. Natürlich, und das muss man sagen, ist eine gewisse Tradition da, also eine gewisse hanseatische Tradition. Ich kann das nur positiv ausdrücken, weil ich diese, ich mag das total, ich mag das auch, wenn ich in Falkenstein ins Clubhaus komme, weil es ist eine, ich finde das total cool und angenehm, vielleicht weil ich auch Golfer bin, aber es ist jetzt nicht so, dass man nach dem Motto, okay, der hat jetzt hier kein Einstecktuch oder sowas, was ist denn das für einer, der hat ja hier unsere Etikette überhaupt nicht, also ganz im Gegenteil, du kannst sogar in der Jeans, und da gibt es ja Golffluss von dir um die Ecke, die das nicht erlauben, du kannst sogar in der Blue Jeans auf die Driving Range gehen, also ich sehe dieses, ich sehe dieses, ich fahre im Maiwacht vor und steige in meiner karierten Scherbo-Hose aus und habe dann nachher meine Blueberry-Tasche oder keine Ahnung was. Gibt es bestimmt, aber sehe ich deutlich weniger mittlerweile. Da kann ich auch schon mal eine E-Mail von einem Hörer von uns nochmal schnell reinstreuen. Uwe hat uns nämlich geschrieben, hallo, ich höre euren Podcast seit Anfang an und finde es echt gut und interessant, was ihr da macht. Ich selbst spiele seit 20 Jahren und bin auch im Verein und bei dem Betreiber engagiert. Nun meine Frage an euch, wie steht ihr zu den Kleiderordnungen auf dem Platz? Insbesondere Blue Jeans und Shirt mit Kragen, da oftmals die Meinung herrscht, wir sollten alles offener gestalten und das alles nicht so eng sehen und so weiter und so fort. Meine Meinung dazu ist, dass es der Achtung des Sports ein wenig gehört und auch alles andere sollte man wirklich so ein bisschen noch nach den alten Regeln betreiben. Also er sagt, Blue Jeans um Gottes Willen bitte nicht. Was sagt ihr? Ich mache jetzt mal das Beispiel Wimbledon. Wer nur weiß, fährt auch jeder hin und ist eines der international bekanntesten Tennis-Tournierer auf der Welt oder das wahrscheinlich bekannteste Tournierer auf der Welt mit einer Kleiderordnung, die sie durchgedrückt haben, die auch diese Tradition, dieses Turniers natürlich widerspiegelt und ich bin ein bisschen bei, wie ist der Uwe, der die E-Mail geschrieben hat? Ich bin ein bisschen bei Uwe, dass ich sage, ein ganz klein bisschen können wir auf uns achten, wie wir uns anziehen auf dem Golfplatz. Also ich habe jetzt nichts gegen den Blue Jeans, ich habe auch nichts dagegen, dass das Shirt aus der Hose hängt und ich glaube aber, dass jetzt irgendwie ein weißes T-Shirt, also so ein Unterhemd-T-Shirt für uns Männer nur mit Kragen und dann irgendwie die, ich sage mal, abgefragte Blue Jeans, die noch irgendwie dreckig ist, weiß ich jetzt nicht. auch da gibt es ja Plätze für, wo das okay ist. Ich würde aber sagen, so ganz allgemein ein ganz klein bisschen, ja, ist es ja auch eine Sportkleidung. Also ich sehe es jetzt gar nicht nur so aus Tradition. Wenn ich auf einen Tennisplatz gehe, jetzt gehe ich auch eine Tennishose an und irgendwie keine irgendwas. Also ja, ich bin da eher so ein bisschen oldschool, dass ich sage, wir können da so ein bisschen auf uns achten, die Schuhe dürfen ein bisschen sauber sein, es kann eine Blue Jeans sein. Ich würde aber trotzdem, ich finde es zum Beispiel ein Hemd mit Kragen sieht irgendwie einfach besser aus und auch da gibt es ja mittlerweile coole, also ich finde das jetzt, bin da eher bei Uwe. Was fehlt noch jetzt? Die Perle der Players-Playlisten auf Spotify und Apple Music. Ja, ja, Fabian, ich weiß nicht, ob du das weißt, wir bestücken in jeder Folge eine Musik-Playliste von Golfern für Golfer. Auf dieser Playlist befinden sich Songs, die unsere Gäste irgendwie auf dem Golfplatz mal des Öfteren auf dem Ohr gehabt haben oder zumindest vor sich hingesummt haben. Bestes Beispiel ist immer noch Flo mit Alle meine Entchen, was er irgendwie auf der Tour vor sich hingesummt hat, wenn es mal wieder nicht so ganz lief, um sich irgendwie in eine andere Gedankenwelt zu beamen. Keine Ahnung. Welt. Hast du einen Song, der dich irgendwie beim Golfen kurz mal abholt oder gibt es irgendwie so einen Energiesmasher oder irgendein Powerhit oder irgendwas, was du vielleicht auf der Range manchmal dir ins Ohr drückst oder so? Irgendein Song, der dir sofort in den Kopf schießt oder den du gerade rauf und runter hörst? Völlig egal. Also ich habe nie mit Kopfhörern trainiert, wenn dann immer nur, habe ich es dringend gehabt, keine Musik gehört, damit mich keiner quasi anquatscht, um Konzentration zu haben. Boah, was singe ich denn mal? Ich singe zwischendurch mal das Werder-Fanlied 1899, wenn es mir wieder gut gehen soll, wobei, das ist auch ein anderes Thema-Moment, aber ich habe gerade gar kein... Gut, dann fange ich mal an, dann hast du ein bisschen Zeit zu überlegen, Fabian. Wenn du jetzt die Perle des Südens auspackst, dann haben wir ein Problem, Herr Fritsch. Nein, Stern des Südens. Dann ist hier echt Polen offen. Stern des Südens. Aber das ist okay. Ich nehme, ich nehme Baba Sparks mit Deliverance. das ist cool. Ne, ich finde, bei sowas, ich finde hier Happy von, wie heißt der? Können wir es sagen? Happy, Farrell Williams. So ist es, so ist es, so ist es. Und ich finde Adele, ich finde Adele total gut. Ich suche gerade das Lied, was ich meine, wenn ich zwei Lieder nominieren darf. Vielleicht könnt ihr noch ein Lied in der Zeit suchen oder sagen, was ihr so gut findet. Also ich habe für heute ausgesucht Moose Tee, Rock the Mic. Das habe ich nämlich letztes Mal tatsächlich auf der Heimfahrt nach meiner 41er-Netto-Runde letzte Woche gehört. Und ich war ganz gut drauf, muss ich dazu sagen. Aber es hat natürlich wieder mal nicht, es war nicht Vorgabe wirksam. Ich vollidiot. Egal. Aber es wird noch dieses Jahr. 41, 41 schon, über 40 ist immer schon geil, finde ich, muss ich sagen. Das ist immer schon richtig cool. Rolling in the Deep von Adele heißt es. Oh. Das finde ich sehr cool. Sehr gut. Kommt drauf auf die Players-Playlist. Spotify und Apple Music, da könnt ihr sie finden, ihr Folgen und uns natürlich auch jede Menge Songs zuschicken über Instagram, Facebook und so weiter und so fort. Fabian, was kommt als nächstes bei Golf in Leicht auf die Golf-Fans überall zu? Kannst du uns noch irgendwas Tolles erzählen? Ja, auf jeden Fall. Wir haben gerade, ich habe gerade den Probedruck, ich habe ihn jetzt nicht hier, von meinem oder unserem neuen Buch Der Handicap Verbesserer. Das werden wir jetzt im Juni rausbringen. Ich weiß nicht, wann der Podcast jetzt rausgeht. Pünktlichst dazu? Ja. Pünktlichst dazu? Okay, also es kommt jetzt so Mitte, Mitte, Ende Juni wird das rauskommen und das nächste wird dann ein Video-Trainingskurs zusammen mit dem Markus Papst sein von Golf Athletic, den ihr sicherlich auch kennt von Facebook, der ist auch sehr aktiv und Instagram, mit dem ich zusammen einen Kurs gemacht zum Thema Länger Drive. Also ein schönes Zusammenspiel, Fitness-Trainer mit Fitnessübungen und dann ich auf der Golf-Seite mit den entsprechenden Golf-Übungen und das immer so ein bisschen auch zueinander verzahnt, dass man da sein Trainingsprogramm hat, was man durchführen kann, um dann den Ball länger und konstanter natürlich zu treiben und zu schlagen. Das sind die zwei Dinge, die jetzt so anstehen und rauskommen, die sich durch Corona etwas verzögert haben, aber die wir jetzt fertig haben. Genau das Richtige für uns. Also länger und konstanter und grader finde ich eigentlich gut. Gut, gerade hat er jetzt nicht gesagt, aber länger und konstanter hört sich doch schon mal gut an. Konstanter, konstanter ist er. Hast du uns beide jetzt gerade in die gleiche Schublade gesteckt? Das finde ich ja lustig. Ja, würde ich sagen. Hat er. Hat er gemacht. Hat er gemacht. Ja, ich kann schon ordentlich drive, aber es ist halt in der Regel kein Golfplatz in der Nähe, wenn der Ball runterkommt. Genau, richtig. Das ist ja das Entscheidende. Aber lang war er. Aber lang war er. Lang, kein Problem. Länge ist... Also... So ist es. Da liegen Golfbälle von mir in Umgebungen, da war noch nie einer suchend. Das ist... Also da bin ich, glaube ich, Weltklasse. Europäische Weltklasse. Na gut. Fabian, das hat viel Spaß gemacht. Danke, dass du zu Gast warst in dieser heutigen Tea Time Folge. Mir auch. Vielen Dank für die Einladung an euch beide. Und ja, ich würde sagen, das sollten wir wiederholen oder wir können das ja gegenseitig jetzt auch noch mal als Dreierinterview demnächst machen. Absolut. Bei mir im Podcast sozusagen. Sehr schön. Dann bleibt alle gesund und wir hören uns demnächst wieder mit einer neuen Folge von Tea Time. Die Herren, einen schönen Tag. Genießt das Golferleben. Bis demnächst. Tschüssi. Danke, viel Spaß. Ciao. Ebenso, bis dann. Ciao. Ciao. Schreibt uns, liked uns. Tea-time.golf Tea Time, der Golf-Podcast. Auch auf Facebook und Instagram. Tea Time. Tea Time ist eine Produktion von PodEva. Infos und noch mehr spannende Podcasts gibt's auf podever.de.